So, alles klar. Die sind gleich ganz versorgt. Hier oben ist schon das Bergefahrzeug gerade angekommen. Man darf erst nämlich schon mal anfangen mit der Bergung, mit den ersten Opfern. Zack, fang an. Fang an und mach hin. RTW sind da. Weißt du was? Entschuldigung. Weißt du was? So. So. Notarzt bitte sofort mitzbehandeln. Na komm, mach hin im Bergefahrzeug. Ehrlich, das Ding so lange braucht, ne? Das Ding so lange braucht, das ist unfassbar. Ich bin bereit. Wird erledigt. Ja. Ach ja. Ach ja. So, dann dürft ihr. Verstanden. Erwarte Befehle. Bin dabei. So. Wieso? 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 Du bist doof. Bin bereit. Erwarte Befehle. Du bist doof, dass der... Ich finde es doof, dass der das einfach nicht alleine macht, ne? Ich finde das so kacke. Weißt du was? Wird erledigt. Dann brauche ich auch nur einen Notarzt. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ja. Soll er machen? Ich verschnelle die ganze Schose jetzt einfach hier aus dem einfachen Grunde. Sonst wird er hier gar nicht mehr. Sonst stellen wir uns hier alle weg. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtrankortiert werden. Joa, dann machen wir das. Was geht's? Puh, bevor der jetzt in die Basis reingefahren ist, noch... Jawohl. ...eben schnell... In Ordnung. ...den Wagen, äh, abgefangen. Was geht's? So. Da vorne haben wir noch einen. So, ihr transportiert den ab, ihr transportiert den ab. Jetzt kommt nur noch der letzte. Und hoffentlich ist der jetzt auch mal hier gleich... ...von dem Trümmerteil befreit, beziehungsweise die letzte, wie es aussieht. Notarzt rennt auch schon hin. Brauche ich ihn noch nicht mal anklicken für. Und du darfst dann jetzt... ...zurückfahren ins Hauptquartier, während ich mich hier mal um den Verletzten kümmere. Ich habe hier keine Ahnung, warum Herzinfarkt oder was, was ich hatte. Wenn er einfach mal so umgekippt ist. Ich bin immer noch auf der mittleren Einstellung, nur mal so zur Info. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ach ja. Seid ihr weg? Ja, sie sind weg. Gott sei Dank. Mein Gott, ey. Ich hasse es wie die Pest, wenn sie einfach hier so reinplatzen. Obwohl sie sehen... ...obwohl ich Nein gesagt habe, ja. Ich hasse sie. Ich hasse sie, wie sie Pest... Echt? Kein Respekt. Egal. Anderes Thema. Wenn so sie und ich zusammenwohnen, ist das sowieso nicht so. Dann... ...ist es Gott sei Dank anders, ja? Ja, ja. Also von daher... Du steigst ein. Sonderwegerechte habt ihr nicht mehr. Äh... Teile ich euch nicht mehr zu. Aus dem einfachen Grunde, ihr seid jetzt sowieso beschäftigt hier mit dem Abtransport noch. Und nur der RTW, der hat noch Sonderwegerechte, aber hier nicht mehr unser guter Notarzt. NEF Notarzt, ähm... Einsatzfahrzeug nennt sich das. NEF. Ist die Abkürzung, die offizielle Abkürzung sogar. Und das ist jetzt kein Scherz. Ich, ähm, hab in letzter Zeit sehr viel Polizei auf Streitwege gesehen und so. Und da wurden auch solche Abkürzungen etc. erklärt. Und... Klingt ja logisch. Und dann wurde auch erklärt, was... Ähm... RTW... Warum RTW rollt und so. Warte mal, ich speichere einmal Kontrolle. Und jetzt. Na? BAM! Das Spiel wird sowieso wieder abschützen, wette ich mit euch. Nein. Okay. Jetzt haben wir wieder hier eine bessere Grafik. So. So. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zum Kommen. Macht das. Er hat immer noch Sonderwege Rechte frei. Die alle nicht. So, das wäre jetzt... Keine Sonderwege Rechte frei. Und das wäre jetzt Sonderwege Rechte frei. Jetzt hat er mal eben kurz Sonderwege Rechte gekriegt, damit er über die Rote Ampel fahren darf. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände... Ach, hier, am Kiosk. Auch ein neuer... Zu Befehl. Neuer Einsatz. Am Kiosk. Ach ne, so ein kleiner Buschbrand nur. Buschbrand am Kiosk. Von nebenan. Manfred... Kiosk Schneider. Schneider. Mit der Wildzeitung. Kennen wir ja noch. Hat er wohl neu aufgemacht, den Laden hier. Naja, auf jeden Fall... Unser... Feuerwehrwagen... Was geht's? Fährt da gerade lang. Und das beobachten wir mal, das bunte Treiben. Ich finde es nämlich immer schön, einfach mal so ein bisschen zu beobachten, wie die fahren. TLF, hier, Tanklöschfahrzeug, ne? EM, TLF. In dem Falle einfach Emergency Tanklöschfahrzeug. Aber TLF heißt das auch in der Echt. Wenn sie zum Beispiel die Feuerwehr rufen müssen, dann rufen sie auch nach einem, zwei, drei TLF, ein RW oder ein RTW oder ein NEF oder ähnliches. Aus einer nahegelegenen Haftanstalt sind mehrere Strafgefangene geflohen. Oh, jetzt wird sie interessant. Es wird vermutet, dass sie sich im Einsatzgebiet verstecken. Sie könnten bewaffnet und gefährlich sein. Jetzt wird sie interessant. Hören Sie alle geflohenen Sträflinge auf, nehmen Sie sie fest und transportieren Sie sie ab. Jetzt wird sie interessant und jetzt wird sie interessant. Das Drohnenfahrzeug. Los. Warte, warte, Befehle. Die SEK-Drohne hat ein Ziel gefunden. Achtung, Sträfling versucht zu entkommen. Sofort festnehmen. Erwarte Befehle. Okay. Okay, er hat drei Fluchtmöglichkeiten. Links, rechts, geradeaus und er ist bewaffnet. Ich werde den Zugriff von hier machen. Kein Problem. Verstanden. Alle Brände sind gelöscht. Den lasse ich jetzt auch einfach mal da. Obwohl, weißt du was, hier, Bierhaus Schneider. Dankeschön, war nett. Käsebrötchen kommt morgen, ne? Was geht's? Bin bereit. So. Kein Problem. Er kommt auch schon auf uns zugerannt. Notruf, Ausbruch eines Waldbrandes, Ursache unbekannt. Es wurden mehrere verletzte Personen geblendet. Löschen Sie alle Brände, versorgen Sie alle Opfer. Achtung, eine Einsamtskraft wird angegriffen. Wurde angegriffen, wurde angegriffen. Die Drohne sucht gerade weiter. Nach dem nächsten Ziel. Oh Mann. So, zwei. Ich sehe drei Verletzte. Auf den ersten Blick. Dann auch drei TLFs. Und das TLF abfangen und direkt dahin schicken. Die ECK-Drohne hat ein Ziel gefunden. Achtung, ist in Arbeit. Versucht zu entkommen. Sofort festnehmen. So, wo sind meine Helikopter? Das ist der normale Polizeihelikopter. Ich brauche aber meinen ECK-Helikopter, weil der toller ist. Und Sträfling versucht zu entkommen. Uiuiui, der ist so gut wie entkommen. Der ist so gut wie entkommen. Scheiße. Nein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Ich glaube, wir schaffen es nicht, diesen Sträfling zu kriegen. Weil guck mal, wie nah der jetzt schon an der Barriere ist, wo wir nicht hinkommen. Den kriegen wir nicht. Den werden wir nie im Leben kriegen. Es sei denn, wir kriegen ihn jetzt hier noch abgefangen. Aber das glaube ich eher nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Nein. Schaffen wir nicht. Der entkommt. Der entkommt, weil unser Helikopter zu langsam ist. So, hier, Vorspulen. Nein, er kommt noch nicht. Er entkommt noch nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, er ist hinkommen. Alles klar. Er wird jetzt sowas von am kommen. Es sei denn, wir kriegen jetzt ganz knapp hin. Zugriff. Los, 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 Zugriff. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zugriff. So, Gott sei Dank. Noch erwischt. So, jetzt kümmern wir uns um die Brände und um die Opfer hier hinten. Ja, das erste Tanklash-Vortrag, der schon recht schnell da war, haben wir gute Karten. Wir kümmern uns gleich um den Dings. Wir machen erstmal hier den Waldbrand fertig. Huch, jetzt hab ich mir meinen Stift aus der Hand gerutscht hier, mit dem ich mir vorhin aufgeschrieben hab, wo ich, äh, gestört wurde. Oh Gott, ey. So, dich bringen wir jetzt erstmal hierher. Lande mal bitte da. So, wir holen den jetzt erstmal hier ab. Landet der jetzt bitte ganz? Nein. Was? Falt. Ja, dann sollen sie von mir aus einen elektrischen Schlag bekommen. Wieso ist dieser Scheiß-Einsatz fehlgeschlagen? Ich habe diesen Kack-Attentäter... Ich habe doch diesen Kack-Attent... Diese beiden Kack-Attentäter gerade festgesetzt. Warum bitte? Beide sind festgesetzt. Beide sind hier. Da ist einer. Und da hinten ist der andere. Wieso ist dieser Scheiß-Einsatz fehlgeschlagen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Bin dabei. Der Polizeihelikopter bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. Erwarte Befehle. Verstanden. Kein Problem. Lande. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und der will hier nicht landen, oder was? Wird erledigt. Wird gemacht. Du sollst richtig landen. Dahin. Ja, endlich. Er hat es gecheckt. Erwarte Befehle. Alles klar. Der bringt ihn schon in die Arrestzelle. Oder ihn schon in die Arrestzelle. Bin bereit. Kein Problem. Er landet hier. Ja? Hoffe ich jedenfalls. Vor allem da eine Ampel hinzustellen. Naja. Natürlich nicht. Er tut wieder so, als ob er Leute rauslässt, obwohl er keine Leute mehr drin hat. Bin bereit. So. Naja. Als eins. Du darfst abrücken. Okay. Was geht's? Ihr dürft den anrücken und ihn mitnehmen. So, du dummer Helikopter. Im Lande. Alles klar. Richtig, bitte. Bis auf den Boden. Och. Ist das jetzt blöd, um zu landen, oder was? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. assumption ist das Jawohl, wird erledigt. Alter, der will mich verarschen, der Helikopter. Genauso wie dieser hier. Erwarte, bis er zu überwarten ist. Er war gerade gelandet, ne? Der hat gerade gelandet oder war gerade am landen oder hat gelandet oder wie auch immer. Okay, wird gemacht. Hallo. Ey, diese Helikopter, die verarschen mich so. Komplett landen, bis auf den Boden. Weißt du, da sitzen noch welche drin, ne? Ich versteh's nicht. Lande. Boah, ist das zum Kotzen, ne, mit denen. Erbtransport. Ja, Leute, ey. Ja, toll. Der Techniker hat hier das auch nicht hingekriegt, weil der zu doof ist. Ey, jetzt lande dieses Scheiß. Helikopterteil. Der kriegt's auch nicht auf der Reihe. Wieso kriegen die alle das nicht auf der Reihe? Hier, lande. Komplett. Auf der Straße. Sofort. Jetzt. Ich versteh's nicht. Wie landet der bitte? Das ist ein Witz. Lande. Lande ganz. Och. Weißt du was? Ihr Arschlecken, fick dich. Hau ab. Ich will dich nicht mehr. Meine SEK-Leute lass ich jetzt hier. Die können mich auch mal... Was geht's? Die können mich auch mal am Arschlecken, echt. Der Rettungstransportwagen bringt das Aufbau der Basis. Oder schießt wild auf Passanten rum, oder was weiß ich. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber... Ich steig in diesen Scheiß-Helikopter. Okay. Ist in Arbeit. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Erst den kleinen Brandherd, weil der Techniker zu blöd ist. Da ist die Ups vorbeigefahren. Ey, wieso... Wieso landet... Da! Er ist gelandet. Hebt sofort wieder ab. Ist der doof? Also der Helikopter ist... mehr als... mehr als... verbackt. Achtung! Ein Fahrzeug, das illegal gefährliche Chemikalischen transportiert hat, wurde in einen Verkehrsunfall verwickelt und ist in Brand geraten. Ja, dann soll es brennen. ...löschen Sie das Fahrzeug so schnell wie möglich. Kümmern Sie sich umgehend um alle Personen, die durch die Dämpfe vergiftet werden. Und achten Sie auf alle weiteren Aufgaben in Ihrer Aufgabenliste. Verstanden. Dann sollen sie doch alle verrecken, ey, echt. Das geht mir gerade so auf den Piss hier mit dem Helikopter. Super 4.